Perfect Spa, Ihr kompetenter Partner rund um Wellness, Spa und Bad. Genießen Sie entspannende Stunden auf höchstem Niveau in Ihrem persönlich gestalteten Wellnessbereich. Dafür bieten wir ein exklusives Wellness, Spa und Bäder Sortiment sowie Komplettservice von der Planung bis zur Installation mit allen erforderlichen Gewerken. In einer ausführlichen Fachberatung unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl für Ihre perfekte und individuelle Wellness-Oase. Für gehobene Ansprüche arbeiten wir darüber hinaus mit kreativen Architekten zusammen. Für Wellnesslösungen, die wirklich keine Wünsche offen lassen. Rund ums Bad, Sauna, Dampfbad, Infrarotkabinen, Whirlpool. Bei uns erhalten Sie ein umfangreiches Produktspektrum namhafter Hersteller sowie exklusive Produktlinien aus unserem eigenen Haus. Und das durch unseren Direktvertrieb zu überaus attraktiven Preisen. Holen Sie sich Inspirationen in unserer großzügigen Verkaufsausstellung oder nutzen Sie unseren umfangreichen Online-Shop. Ein Großteil unserer Produkte ist sofort lieferbar. Unser eigenes Lager gewährleistet auch eine langfristige Ersatzteilversorgung. Auf Wunsch bieten wir zusätzlich individuelle Modifikationen von Whirlpools durch unsere erfahrenen Monteure. Privatkunden, Installateure, Bauträger und Architekten für zu Hause, Wellness-Einrichtungen oder Hotels. Bei uns finden Sie immer die passenden Produkte und Komplettlösungen in höchster Qualität. Perfect Spa für Wellness, Spa und Bad in Vollendung.